Hallo und herzlich Willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Freund König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns zusammengefunden, um heute mit und für euch über der Anschlag zu reden. Und bei mir sind wie immer der wundervolle Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem der großartige Jonas. Hallo Jonas. Hallo Deda. Und ein mittlerweile auch fast Stammgast, das Haseschaf. Hallo Haseschaf. Hallo, schönen guten Abend. Weißt du aus dem Kopf noch, wann du das letzte Mal bei uns warst? Das war bei die Arena gewesen. Also noch gar nicht so lange her. Hat sich seitdem bei dir irgendwas verändert? Irgendwelche Dinge, für die du Werbung machen willst oder sowas? Äh, nö, eigentlich nicht. Außer sich Elon Musk ein bisschen verfluchert. Ansonsten ist alles beim Alten. Okay. Wir alle. Ja, wie gesagt, wir möchten heute über der Anschlag reden. Und ohne große Vorrede, Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. Eine? Hunderte. Ja, wir gehen erstmal zurück ins Jahr 1971. Da war King noch Lehrer in einer Highschool. Und er hat so mitbekommen, wie sich Kollegen unterhalten haben, ja, wie würde die Welt denn aussehen, wenn Kennedy das Attentat überlebt hätte? Und es gab dann Diskussionen darüber, ja, was für eine Verkettung von Zufällen das überhaupt war, dass das Lee Harvey Oswald zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und wie das alles passieren konnte. Und King war von der Unterhaltung fasziniert und hat das Ganze versucht in einem Roman umzusetzen mit dem Titel Split Tracks. Von einem Mann, der halt in der Zeit zurückreist, um das Attentat zu verhindern. Er hat ungefähr 14 Seiten geschafft. Das wissen wir ja, dass das für King so gut wie gar nichts ist. Und er hat es dann aufgegeben. Die ganzen Recherchen, das konnte er damals einfach noch nicht packen. Das war natürlich auch die Zeit vor dem Internet. Und all die Figuren, die es auch real gibt und von denen die meisten ja noch gelebt haben damals, das war einfach, ja, das war einfach nicht machbar. Und außerdem, 1971 war das Attentat jetzt noch keine zehn Jahre her. Er dachte auch, das Thema kann ich so nicht umsetzen. Aber es hat ihn nicht losgelassen. Er hat ja dann bald darauf in Deutschland das Attentat geschrieben, Dead Zone. Und immer wieder taucht das Kennedy-Attentat auch in anderen Romanen auf, wie Wolfsmond, wo Pater Callahan über den Ablauf der Zeit sinniert. Und wenn es jemals einen Wendepunkt im Leben Amerikas gegeben hat, dann war es dieses Ereignis. Wenn man das ändert, ändert sich alles. Alles, was danach kam. Vietnam, die Rassenkrawalle, alles. Und Eddie Dean antwortet darauf, ja, aber was wäre, wenn man das ändert und alles ändert sich zum Schlimmeren? Ja, genau das hat King jetzt versucht, in dieser Geschichte hier zu erkunden. Im Original heißt sie 11-22-63, also der Tag des Kennedy-Attentats. Und sie ist im Jahr 2011 erschienen. Ist der viertdickste Roman, den King geschrieben hat. Im Deutschen kam es dann auch erst Anfang 2012 raus. Und ja, Jonas wird uns jetzt mal erzählen, worum es denn noch genauer geht. Ja, vorweg, es ist, wie gesagt, ein sehr dickes Buch. Und deswegen habe ich es wirklich so sehr grob zusammengefasst und auch nur die Hauptstory. Jake Epping ist Lehrer und führt ein durchschnittliches Leben, als sein Freund Al ihm verrät, dass in dem Lagerraum seines Restaurants ein Portal in das Jahr 1948 existiert. Auf dieser anderen Seite kann man so lange bleiben, wie man will. In der eigentlichen Zeitlinie vergehen bis zur Rückkehr immer nur zwei Minuten. Eigentlich hatte Al vor, das Attentat auf John F. Kennedy eine Jahre später zu verhindern. Doch der Lungenkrebs hat ihm einen Strich durch Schärchen gemacht. Daher bittet er Jake, sich dessen anzunehmen und malt ihm eine rosige Zukunft aus, was denn alles besser werden würde, wenn Kennedy nicht ermordet wird. Nach einer Testmission, die bestätigt, dass sich die Gegenwart tatsächlich ändern lässt, nimmt Jake an. Neben seiner Hauptmission wird er nebenbei Lehrer, um sich neben gelegentlichen Sportwetten etwas dazu zu verdienen. Er verliebt sich in die neue Bibliothekarin seiner Schule, Sadie Dunhill, und fängt eine Beziehung mit ihr an. Natürlich bekommt Sadie irgendwann die Wahrheit heraus, dass er aus der Zukunft kommt. Und gemeinsam schaffen sie es letztendlich auch, das Attentat zu vereiteln. Allerdings überlebt Sadie das nicht. Und auch allgemein scheint die Vergangenheit entschieden, was dagegen zu haben, verändert zu werden. Jake beschließt dann, die Sache von vorne anzufangen und diesmal auch Sadie zu retten. Wieder zurück am Portal trifft er jedoch auf eine Art Zeitwächter, der ihm erklärt, dass mit jeder Reise in die Vergangenheit eine neue Zeitlinie geschaffen wird und dass so große Veränderungen sogar Raum und Zeit verletzen können. Zum Beispiel begannen ja ziemlich starke Erdbeben, nachdem das Attentat verändert wurde. So kehrt Jake dann auch in eine sehr dystopische Gegenwart zurück, die er so auch nicht lassen will. Er reist dann wieder zurück in das Jahr 1958 und verbringt da ein paar Tage, um sich darüber klar zu werden, was er will. Und schließlich unternimmt er keinen zweiten Versuch, sondern kehrt zurück in die Gegenwart, die wieder ist wie zu Beginn der Erzählung. Und im Prinzip war das auch der Hauptschrank der Geschichte. Danach kommt noch ein bisschen, aber das ist eigentlich nicht relevant. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und ich würde gleich in die Sache reingehen, indem ich erst mal das Nachwort von King vorziehe, denn das fand ich auch ganz spannend, und ich zitiere. Halt! Ja. Ich möchte noch eine Sache ergessen, die ich total vergessen habe, da reinzuschreiben. Und zwar jedes Mal, wenn man zurückreist in die Vergangenheit, setzt sich, also man ist immer am gleichen Tag zurück und in der Gegenwart ist alles wieder wie vorher. Also die ganze Zeitlinie wird zurückgesetzt. So, das war's. Wobei wir das auch noch reden müssen, aber ja, grundsätzlich ja. Ja, zum Nachwort von King, ich zitiere. Ursprünglich habe ich schon 1972 versucht, dieses Buch zu schreiben. Ich habe das Projekt wieder aufgegeben, weil mir die erforderlichen Recherchen für einen Mann, der an Vollzeit unterrichtete, beängstigend umfangreich erschienen. Und es gab einen weiteren Grund. Selbst neun Jahre nach der Tat war die Wunde noch zu frisch. Ich bin froh, dass ich gewartet habe. Und außerdem? Heute haben sich die Zustände gebessert, aber in der Main Street sieht man immer noch Schilder, auf denen Schusswaffen in der Bar verboten steht. Dies ist ein Nachwort, kein Leitartikel, aber ich habe zu diesem Thema starke Überzeugungen, vor allem angesichts des gegenwärtigen politischen Klimas in meinem Land. Wenn Sie wissen wollen, wozu politischer Extremismus führen kann, sehen Sie sich die Zepp-Bruder-Filme an. Achten Sie besonders auf Einzelbild 313, auf dem Kennedy's Kopf explodiert. Und hier muss ich wieder sagen, dieses Nachwort hat mich wieder in großen Teilen mit dem Buch versöhnt, weil es sich hier wieder mal zeigt, dass der Mensch doch recht stabile Meinungen hat. Ja. Gut. Kommen wir zum eigentlichen Buch. Wie war denn euer erster Eindruck? Und ich halte mich jetzt erst mal zurück. Das ist sehr schön, denn meine Meinung ist anders als deiner. Ich mag das Buch. Ich mochte es beim ersten Lesen. Ich mochte es jetzt beim Wiederlesen. Es hat erhebliche Schwächen, die auch in der weiblichen Hauptfigur liegen. Da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich drauf. Aber ich finde es eines der besten Bücher seit längerer Zeit. Okay. Heiß ich mal? Ja, ich kann mich da auch anschließen. Es gehört auch zu 1-mal Lieblingsbüchern von Stephen King. Ich hatte immer wieder das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie in diese Atmosphäre mit reingezogen wurde. Quasi, wo er sich gerade aufgehalten hat. Also der Hauptcharakter. Ja, das hat mir richtig prima gefallen. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte das Hörbuch gehört mit David Nathan als Sprecher. Und ja, ich habe das regelrecht verschlungen und das ging runter wie Öl. Also mir hat das sehr gut gefallen. Okay, Jonas? Den ersten Eindruck weiß ich gar nicht mehr genau. Aber insgesamt fand ich es erst ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich gedacht, Moment, du darfst das nicht als der Versuch, auf jeden Fall dieses Attentat zu verhindern, lesen. Sondern das ist ein Reisebericht in die Vergangenheit und der macht da Urlaub und guckt, wie es da war und hat eine Liebesgeschichte und sowas. Und dann fand ich das auf einmal besser. Und das war insgesamt, hat es mir sehr gefallen. Doch, kann ich nicht anders sagen. Hat Spaß gemacht. Und das, was du gerade ansprichst, ist genau mein Problem mit diesem Buch. Ich meine, ja, erst mal verstehe ich den Grundkontext, dass der Amerikaner an sich dieses ganze Kennedy-Ding so als nationales Trauma hat. Ich verstehe das, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich habe auch den kulturellen Kontext dafür nicht in dem Maße. Ich verstehe aber, dass man den haben kann und dass der absolut legitim ist. Aber, ich würde es verstehen, wenn es in diesem Buch darum ginge, was es nicht tut. Andererseits würde ich es besser finden, wenn es um all die anderen Dinge ginge, was es nicht tut. Das Buch ist für mich, das hätte ein gutes Buch sein können und er hat wieder irgendwie eine Entscheidung getroffen und war sich nicht, weiß ich nicht, mutig genug oder die durchzuziehen. Das wäre das eine noch das andere. Das ist von beiden immer wieder nur so ein Fizzel und nichts Ganzes. Ich verstehe, was du meinst und tatsächlich würde ich sogar sagen, ja, das Buch könnte, wenn Jake aus irgendeiner Grund ein Flüchtling in der Vergangenheit wäre, wenn er die Zeit zurückreisen müsste und dann daneben neu leben, ohne das ganze Kennedy-Gedöns, hätte die Geschichte besser sein können. Ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Und mir ist aufgefallen, dass Jonas vorhin bei seiner Inhaltsangabe von den Hauptmissionen gesprochen hat. Und genau das ist das, was mir auch bei dem Buch sofort aufgefallen ist. Es liest sich wie ein Computerspiel. Du hast eine Hauptmission, du hast Nebenmissionen und viele der Figuren, die er trifft, sind so NPCs, die sagen ihm irgendwelche Hinweise, die für die spätere Handlung für seine Mission wichtig sind. Das sind gar keine richtigen Charaktere. Aber wenn man sich erstmal darauf einlässt, dass es so ist, dann macht es echt Spaß. Nein, aber ich verstehe, was ihr daran findet, auf jeden Fall. Es hat für mich nicht funktioniert, aber ich verstehe, was ihr daran findet. Es ist allerdings wirklich schwierig, dieses Buch zu besprechen, sage ich gleich vorneweg. Weil es eben ganz viele verschiedene Zeitlinien gibt, weil wir immer mal wieder zurückgehen, weil wir immer wieder nach vorne gehen. Weil es eben diesen NPC, wir treffen einen NPC-Charakter hat. Deswegen verzeiht uns, wenn diese Folge ein bisschen konfus wird. Aber ich würde trotzdem erstmal in die Charaktere reingehen, weil wir lernen ja zuallererst unseren Lehrer kennen. Und King hat sein Set an Figuren und buddelt das zum 3000. Mal wieder auf. Und die Lehrerfiguren waren nie seine Besten. Ja, stimmt schon, aber ich würde sagen, dass diese Figur hier eben schon besser gelungen ist. Für mich ist das ein Sturethman. Ja, passt gut zusammen, ja. Ja, aber er hat halt keinen Charakter. Da wollte ich auch gerade ansetzen. Ich finde, man hätte ein bisschen tiefgründiger mit ihm gehen können. Es wurde immer angeschnitten, dass er halt nicht weinerlich ist. Bei sehr taurigen Sachen, wie jetzt, dass eine Person verstorben ist oder so, dass er nicht geweint hat und so. Ja, aber so richtige Hintergründe hat man nur einen rausgefunden aus der Kindheit. Und das war es dann gewesen. Aber ansonsten, richtig tiefgründig ist man mit dem Charakter nicht gegangen. Darf ich an der Stelle, wie gesagt, das wird ein bisschen konfus, aber ich muss das verknüpfen quasi. Für mich ist einer der Hauptprobleme an diesem Charakter, dass wir einen Grund, dass er das macht, angedeutet kriegen, aber nicht mehr. Ja, zum Beispiel, die ganze Erklärung, wie er überhaupt dazu kommt, diese Quest anzunehmen, ist für mich völlig slagifari und völliger Schlagsinn. Der geht in dieses Restaurant einmal, zweimal in der Woche. Der ist weder mit diesem Wirt befreundet, großartig noch sonst was. So, ich verstehe, dass der Wirt daran ein Interesse hat, dieses Attentat zu verhindern, weil er ist sehr politisch, historisch und politisch interessiert. Er hat da in der einen oder anderen Form eine Aktie drin, sehe ich ein. Es gibt keinen, absolut keinen logischen Grund, warum Jake, also unser Hauptcharakter, diese Quest übernimmt. Keinen. Da würde ich einsetzen, dass er das vielleicht anfangs gemacht hatte wegen dem Hausmeister, der quasi seinen Abschluss nachgemacht hatte und der immer in der Schule gehänselt wurde, weil der am Rumpeln ist und die Schüler wussten ja nicht, warum das so ist, aber er wusste es. Und er hat ja festgestellt, dass das in den Zeitraum reinfällt, wo der Hausmeister verletzt wurde und das wollte er beheben. Und für mich war das anfangs irgendwie, das war glaube ich das zweite Mal, wo er in die Vergangenheit gegangen ist, dass das seine Aufgabe war, dass er das erfüllen wollte und dann zu sehen, ob das funktioniert. Ja, ob es funktioniert, das ist ein guter Lackmustest, aber es ist für mich keine Begründung, weil es wäre, der Punkt mit dem Hausmeister wäre für mich akzeptabel gewesen grundsätzlich. Wenn wir nicht diesen Fall von diesem angeschlossenen, klargeschnitzten, Entschuldigung, klargeschnitzgelähmten Mädel gehabt hätten, was er ja selber in seinen eigenen Worten so abtut als, naja, die hat ja trotz ihrer Behinderung ein einigermaßen okayes Leben, über die Darstellung von Behinderung reden wir übrigens auch wieder nicht in dieser Folge, weil sonst schreie ich, die hat ja auch ein ganz okayes Leben, die wäre also nicht so wichtig. Das hat er auch glaube ich auch im Buch erwähnt, dass er quasi sowieso noch Zeit hatte, bis das in Dallas weitergeht und dass er ja eigentlich so, ja, so wie du schon sagtest, könnte man es ja quasi als Nebenquest mal erfüllen und ja, ich habe ja eh nichts zu tun, mache ich das jetzt mal. Ja eben, aber deswegen ist für mich die Argumentation, er wollte dem Hausmeister helfen und das ist ein rationaler Grund, das zu machen, diese ganze Reise, halt nicht valide. Genau, ich will dem Hausmeister helfen, das ist trotzdem ein weiterer Sprung zu, ich will das Kennedy-Attentat verhindern. Genau das, genau das. Und hier weiß ich jetzt nicht, wenn King seine Vergangenheit irgendwie weiter ausgearbeitet hätte, hätte uns das geholfen oder hätte das vielleicht sogar noch mehr geschadet? Nee, ich glaube, das ist nicht das Problem, ich habe glaube ich nicht mehr Vergangenheit gebraucht, aber ich habe den Eindruck über diese ganzen Geschichte, dass er das nicht aus rationalen Gründen macht, weil er politisches, historisches Interesse hat oder was weiß ich was, der macht das in erster Linie, weil ihm sein jetziges Leben zu langweilig ist. Ja, genau das. Ja, das denke ich auch. Er hat, ich weiß nicht, vielleicht eine Art Midlife-Crisis oder so alt ist er noch nicht, aber er möchte was bewegen oder er meint, er muss so etwas Bedeutendes im Leben tun und da bietet ihm sich die Gelegenheit. Ja. Er möchte ein Held sein. Ja, aber dafür ist mir dann in seinem, wenn das ausgearbeitet wäre, dass er dann in der Vergangenheit plötzlich ein tatsächliches Gefühl der Erfüllung hat oder regelmäßig so darüber nachdenkt, hey, eigentlich ist das hier schon viel geiler als zu Hause und so weiter, dann würde ich das verstehen, dann hätte das einen Erfüllungssinn. Aber das kommt für mich definitiv nicht deutlich genug rüber. Und deswegen fühlt es für mich total motivationslos an. Naja, er merkt dann wahrscheinlich, es ist gar nicht so einfach, ein Held zu sein, aber er hält an Prinzipien fest. Das kann ich zugeben, dass er vielleicht doch keiner ist. Ja, in der Zwischenzeit, also irgendwo mittendrin in der Geschichte, da kriegt er ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass er eine neue Heimat in diesem Ort Jody, also irgendwo in Texas, jetzt ein neues Zuhause gefunden hat, wo er dann leben möchte. In der Vergangenheit quasi mit seiner Freundin, Sadie, genau, dass sie da zusammenleben könnten. Ja, und dass er eigentlich gar nicht mehr zurückgehen wollte. Und in dem Punkt muss ich ehrlich sagen, da verstehe ich nicht, warum er nicht sagt, gut, man hätte dann sagen können, hier, scheiß drauf, ich weiß, wie das mit dem Attentat abgelaufen ist. Das ist einfach zu gefährlich, ich scheiß drauf und ich lebe jetzt einfach hier und fertig. Aber naja. Und vor allem der Punkt ist halt, was mir wirklich gefehlt hat, ja, er freut sich, dass das Scootbier dort besser schmeckt und dass alles anders schmeckt und so weiter und so fort. Ja, er regt sich auch auf, dass es dort drüben riecht wie in der Hölle, aber er freut sich, dass er dort ist. Aber mir fehlt ein Punkt, dass er sagt, also eigentlich ging mir mein altes Leben ganz schön auf den Sack, deswegen habe ich das überhaupt erst mal gemacht. Genau. Das ist, glaube ich, in der Serie sogar ein bisschen besser dargestellt, quasi sein alltägliches Lehrerleben, dann halt Schüler, die keinen Bock haben, auf ihn zu hören und Tristen Alltag und sowas. Das kam in der Serie anfangs ein bisschen besser rüber als im Buch sogar. Also im Buch ist sein Leben wieder gar nicht groß beschrieben. Alles, was man mitbekommt, ist echt stinklangweilig. Also ich kann schon verstehen, dass er dieses Abenteuer sucht. Ich kann nicht verstehen, warum er wieder zurückkommt. Genau. Ja. Zumal ja, wenn die Argumentation wäre mit dem Hausmeister, dem Hausmeister hat er ja geholfen, damit ist das Thema durch. Wenn er dort bleiben würde, meine ich. Ja, genau. Im Nachhinein kann man ja auch sehen, vielleicht wäre er ja auch gar nicht mehr zurückgekommen, wenn diese Verletzung bei Sadie nicht gewesen wäre. Wo er dann ja später gesagt hat, ja, ich weiß, da, wo wir dann später zusammen hingehen könnten, wenn sie mitkommen würde, dass sie da behandelt werden kann, ja, dass ihr da besser geholfen werden könnte. Das wäre vielleicht der einzige Grund, dass er vielleicht zurückgekehrt wäre. Ich glaube auch, weil ich meine, er hatte irgendwann gesagt, zu dem Zeitpunkt beschloss ich im Jahr sowieso zu bleiben oder in der Vergangenheit zu bleiben. Ja, genau. Das war schon sein Plan, da zu bleiben, aber ja, als er tatsächlich verletzt wurde, hat er das geändert. Kommen wir zum nächsten Punkt, Sadie. Oh, 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 oh. Schwierig. Ich fang gar nicht erst an zu schreien, weil Flohs Reaktion sagt mir alles, was ich wissen muss. Hat die irgendeine Form von Charakter, außer dass sie das dumme Love Interest ist? Nein. Er versucht, ihr Charakter zu geben, aber nein, das stimmt nicht. Also, doch, er versucht schon, aber sie wird immer nur durch die Figuren in ihrem Leben definiert und das schlecht. Ja. Gut, haben wir das auch abgehauen. Aber ich glaube, King ist das tatsächlich auch klar, dass er es nicht geschafft hat, weil, ich glaube, es wird ein paar Mal erwähnt, dass sie halt ein Kind ihrer Zeit war und so. Und ja, also man merkt, ihm ist es unangenehm, diese Frau so zu zeichnen. Ja, aber nenn es mir nicht übel, die Mutter von dem Axtmörder, also nee, nicht die Mutter, die Frau von dem Axtmörder, die hat auf den dreieinhalb Sekunden, wo sie lebt, wesentlich mehr Charakter als die. Ja. Also, das ist halt keine Argumentation, Kind ihrer Zeit. Und ganz ehrlich, wir hatten ein paar Bücher auch, wo es ihm gelungen ist, Frauencharaktere zu schreiben. Also, die Ausrede, King kann keine Frauen schreiben, die lasse ich jetzt nicht mehr gelten. Hier ist einfach, ja, ich glaube nicht, dass er es absichtlich gemacht hat, aber er hat sich, glaube ich, in der Figur total verrannt. Ja, ich sehe eigentlich das so, dass er wirklich, wie das auch im Buch erwähnt wurde, dass Sadie so geschrieben wurde, dass sie sich halt, wie damals in der Zeit das so war, sie brav zu Hause sein soll, soll schön brav den Ehemann gehorchen und dann nichts weiter machen, Haushalt schmeißen, eventuell noch Kinder großziehen. Und ansonsten hat sie weiter keine Ansprüche zu stellen oder irgendwelche Aufgaben zu haben. Und das spiegelt sich ja eigentlich auch bei ihr so ein bisschen wieder, weil das wurde von ihrer Mutter, glaube ich, erwähnt. Und von ihren Ex-Mann ja eigentlich auch so explizit gesagt hier, du hast nur das und das zu machen und ansonsten kriegst du andere gesenkt. Und ja, das hat sie dann halt so ein bisschen abgestumpft, kann man sagen. Aber so eine richtige charakterliche Entwicklung hat man da eigentlich auch nicht so rausgelernt. Ich glaube halt einfach, er wollte die nicht schreiben, er hatte keinen Bock auf den Charakter, aber er brauchte sie halt, um eine Ausrede zu haben, warum jetzt er eben doch wieder in die Zukunft zurück, also in die Jetzt-Welt zurückgeht. Ja, das musste so ein bisschen Gegengewicht zu Kennedy sein. Quasi Kennedy lebt, aber eine wichtige Person, die dem Hauptcharakter sehr am Herzen liegt, fällt weg. Und da passt das dann prima rein. Und dafür hat wahrscheinlich King diese Person gebraucht. Ich glaube, das ist so. Und ich glaube auch, dass das das Problem ist. Er hat die Funktion gebraucht. Genau. Und da hat er dann diese Figur drüber gestülpt. Und deswegen funktioniert sie wohl nicht. Gut. Dann mache ich gleich am nächsten Punkt weiter. Ihr dürft übrigens jederzeit sagen, wenn ich falsch liege. Bis jetzt habt ihr immer zu bestimmt. Da bin ich immer falsch, aber ja, mach weiter. So Sadie würde ich gerne noch sagen, er hat quasi von hinten angefangen. Er hat quasi das Ergebnis gehabt und hat dann versucht, darauf eine Geschichte aufzubauen. Quasi er war am Ende, was er gebraucht hat. Aber diese Geschichte drumherum zu bauen, das ist ihm mal wieder nicht so richtig gelogen. Sehe ich ähnlich, ja. Und ich sehe auch keinen Widerspruch dazwischen, dass du recht hast, aber die Geschichte oft keinen Sinn macht und schwierige Charaktere hat, aber trotzdem Spaß macht zu lesen. Genau das. Danke, Jona. Ihr habt ja auch das Recht, falsch zu liegen. Gut, gehen wir in das nächste problematische Thema, nämlich die Darstellung von Behinderung. Ich dachte, darüber reden wir nicht. Ja, aber es ist ein einziges großes Red Flag, was wir da sehen. Wir sehen dieses Red Flag bei der Darstellung dieses Hausmeisters. Wir sehen das Red Flag bei der Darstellung dieses Klarschnittsgelindemedels. Wobei ich sagen muss, da fand ich es ganz nett, dass wir den Schwerpunkt dann später ein bisschen verschoben haben. Nicht mal darauf auf das Mädel selber, sondern auf den Schützen. Ja, eben sich wahrscheinlich dann auch fürchterliche Vorwürfe gemacht hat und vielleicht sich sogar reingeräumt hat oder was auch immer. Hat eine junge Familie und so weiter. Das fand ich tatsächlich gut, dass sie das gemacht haben. Erstmal grundsätzlich können wir es anders nennen als Red Flag. Ich sehe da immer den Bruder von Randall vor mir. Und ja, das ist vollkommen recht. Also beim Hausmeister ist es mir am Anfang sehr aufgefallen. Zum Glück wird er dann auch ganz schnell von der Figur zu einer, auch hier wieder, zu einem Mechanismus innerhalb des Buchs. Und dann bei diesem Mädchen, ja, da knallt das natürlich dann nochmal so richtig rein. Und übrigens auch bei Sadie, ne? Also das ist ja auch noch ein Ding. Aber dass das bei Sadie auch wieder nur eine Funktion und kein Charakter ist, das hat mir eben hier schon festgestellt. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Oder wollt ihr dazu noch was ergänzen? Wenn ich mich jetzt nicht vertue, da ist das Mädchenmasser Querschnitts gelähmt, taucht in der Serie gar nicht auf. Kann sein, wie gesagt, ich habe die Serie eigentlich nicht gesehen, ich kann nicht betreuen. Ja, die haben einiges da geändert, rausgekürzt, nicht unbedingt alles, was hätte gekürzt werden müssen. Gut. Und jetzt möchte ich euch bitten, erklärt mir diese Zeitreisemechanik, denn ich habe sie nicht verstanden. Ähm, quasi wie der da jetzt reingekommen ist, oder wie meinst du das? Alles. Also wieso das in einem Diner ist, warum das so labil ist, dass sie glauben, wenn das Diner abgerissen wird, ist die ganze Sache, das ganze Tor weg. Die Sachen mit den Realitätssträngen, ob das in zwei Richtungen funktioniert oder nur in einer. Also so wie ich das jetzt so verstanden habe, das wurde ja glaube ich auch zum Schluss von dem Buch erwähnt, dass solche Blasen irgendwie, woher die kommen, keine Ahnung, auf jeden Fall es gibt solche Blasen, was die ja als Kaninchenbau genannt haben, entstehen. Und wenn du da durchgehst, ähm, kommst du an einem Punkt in der Zeit an, der, wenn du immer wieder da reingehst, immer wieder am gleichen Punkt losgeht. Zur gleichen Uhrzeit, am gleichen Tag. Und immer wieder, ähm, es ist quasi wie, und täglich grüßt das Murmeltier, findet alles immer wieder neu statt. Und das wird ja auch im Buch immer wieder erwähnt, äh, dass es immer wieder ein Neustart ist. Was es aber eigentlich nicht ist, weil dieser Wächter, dieser, ähm, gelbe Kartemann, wie er genannt wird, ähm, der hat gesagt, das sind Stränge und, äh, es ist kein richtiger Neustart, sondern, äh, es entsteht immer ein neuer Geschichtsstrang. Also es sind, keine Ahnung, wie oft der, äh, ähm, der Imbiss, äh, also Besitzer hier, der L, äh, durchgeflitzt ist, um sein Hackfleisch zu holen. Keine Ahnung, hunderte Male und jedes Mal ist immer ein neuer Strang entstanden. Und, äh, ja, äh, das muss eigentlich so die Hauptmechanik sein, aber man weiß nicht so genau, wann so eine Blase platzen kann und wie die überhaupt entsteht. Also da bin ich auch nicht so richtig schlau geworden. Also, ich hab's mir so erklärt, es ist ein Portal, wie wir es im Dunkle-Turm-Zyklus haben. Da gab's ja auch mal eins, das genau, ähm, zum Kennedy-Attentat geführt hat. Da war doch auch irgendwie dieses Zitat, glaube ich, wo Jake die Stimme hört, äh, oh mein Gott, ist sie auch getroffen? Nein, das ist sein Gehirn auf ihrem Kleid oder irgend sowas. Äh, wir haben das, dann haben wir im Turm einen Moment, wo, ähm, äh, Susanna, oder ich weiß nicht, ob's schon in Form von Susanna ist, aber, äh, im, im, ich sag mal so, Halbkoma liegt und sie hört, der letzte Revolvermann wurde niedergesprecht. Dann haben wir, äh, im Turm, glaube ich, im letzten Band, haben wir eine Tür, wo sie quasi Touristenausflüge zum Attentat anbieten. Also, wir haben auf jeden Fall im Turm mehrere, mehrere Türen, die da hinführen. Genau, und für mich ist das auch einfach so eine Tür, die vergessen gegangen ist. Und, ähm, ich würde sogar sagen, in mehrerer Hinsicht vergessen gegangen. Denn wir haben in Langolias ja gelernt, dass, äh, die Zeit linear ist und, ähm, aufgefressen wird, wenn sie vorbei ist. Deswegen denke ich auch, dass es, wieder passend zum Turm, dass es nicht die Vergangenheit ist, in der er reist, sondern eine Parallelwelt, die einfach noch ein paar Jahre hinten dran ist. Ja, äh, da möchte ich an der Stelle den Beweis dafür anführen. Er kommt dann irgendwann aus der Vergangenheit zurück in seine, glaubt er, Gegenwart, die ja aber, wie gesagt, verändert worden ist. Und, äh, trifft da zum Beispiel auf ein Auto mit dem Markennamen Takata Spirit. Also, er erzeugt, erzeugt quasi nicht nur die Parallelwelt in der Vergangenheit, sondern eben auch immer neue Parallelwelten in der, in der Gegenwart. Genau, und, ähm. Und jetzt ist er, ich hab mich Takura, Entschuldigung. Ja, und da, äh, weil das, diese Welten sich gegenseitig beeinflussen, wie wir es auch im Turm hatten, wenn man es genau nimmt, weil, es hängt ja alles zusammen, alles dient den Balken. Ähm, wir kommen demnächst zu einer Kurzgeschichte mit dem Titel Ua. Und dort geht es auch um Zeitreisen und da, äh, gibt es auch Ausfassen der Zeit. Und in dieser Geschichte sind das die niederen Männer, die wir aus Atlantis kennen. Also, das passt für mich alles schon zusammen, dieses ganze Konzept. Jetzt möchte ich mal einen, einen Vorschlag pitchen. Wie das ein gutes Buch hätte werden können. Als er das zweite Mal, glaube ich, rüber wechselt, wird er von dem, von dem ersten gelben Kartenmann fast umgerannt. Wisst ihr, welche Szenen ich meine? Mh, ja. Ja. Ich wünsche. Das war auch da, wo der gelbe Kartenmann doch betrunken war, oder? Ja, ja, genau. Und dieses Buch hätte 340% besser sein können, hätten wir einfach dieses Problem umgedreht, dass er quasi in seinem vollen Plan, entweder Kennedy zu retten oder den Hausmeister oder das Querschnittsgelähmte Mädel oder was auch immer, in die Vergangenheit reißt, wird von dem gelben Kartenmann, der plötzlich begreift, was da abgeht, lieber getackelt und der geht plötzlich in die Gegenwart und wir haben plötzlich ein ganz anderes Problem. Das wäre das viel bessere Buch gewesen. Ja, und dann noch 100 Seiten kürzer und, äh... Ja, und ein Laufinteress. Ja. Aber was sollte der in der Gegenwart machen? Interesse. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, noch nicht, dass das die Wächter sind. So. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn wir verargumentieren, wir hätten das gewusst, dass das die Wächter sind, wäre das ja eigentlich der perfekte Weg gewesen, um ihn davon abzuhalten, in der Vergangenheit rumzukuschen. Weil dann muss er sich ja plötzlich um das eigentlich andere Problem kümmern. Damit hätten wir uns auch gleich das Laufinteress gespart, weil dann hätten wir den internen Konflikt sowieso gehabt, zwischen bleibe ich jetzt hier oder gehe ich zurück oder ändere ich überhaupt irgendwas oder ändere ich nichts. Weil dann hätte er quasi den Konflikt gehabt, versuche ich jetzt die Gegenwart zu retten oder versuche ich die Vergangenheit zu retten. Was ich ja zum Beispiel nicht verstehe, ist ja, als er zurückkehrt, quasi, wenn er wieder zu diesen Trockenschuppen zurückkehrt, wo dieser Kaninchenbau ist, dass ihm dann erst erklärt wird, wie das alles funktioniert. Warum hat er es nicht gleich am Anfang gemacht? Magische Regeln dürfen sie wahrscheinlich nicht. Ja, aber... Und der war halt wahnsinnig, der Wächter. Und wird trunken. Und der wurde halt durch das viele Male hin und her wechseln, beeinflusst. Und deswegen war der nicht zurechnungsfähig. Ja, aber das wechselt der immer hin und her, weil er ist ja... Dreimal ist er ja durchgelatscht. Beim ersten Mal... Du darfst dich schnell, du siehst es falsch. Der Wächter, der da wahnsinnig ist am Anfang, das ist der, der quasi die 300.000 Sprünge von L durchmachen musste. Ja, bei der einen Version hat er ja... War es ihm zu viel oder hat sich ja selber das Leben genommen? Die Wächter stehen ja außerhalb dieses Resets. Ja, aber was ich ja, wie gesagt, was ich nicht verstehe, warum... Bei dem einen, da war es doch so, dass dann zum Schluss hat der Wächter ihm das erklärt. Was da... Genau, weil der meistlich noch in der Lage dazu war. Und der andere, der hat drunter gelitten, dass L vor unserem Jake-Charakter schon tausendmal rüber und rüber ist. Und deswegen hat er quasi... Hat er einfach eine Sicherung durchspannen lassen. Ja, aber weil er da schon... Hat er ja schon weichen Keks gehabt, als Jake das erste... Achso, das war schon gleich beim ersten Mal, wo Jake nur wegen... Wenn der Wuchbeer rüber ist. Deswegen hat er ja gesucht. Ja, gut. Weil diese Karte, die sollte ja im Idealfall grün sein. Gelb ist schon bedenklich, rot ist sehr gefährlich und schwarz ist halt total wahnsinnig. Ah, ja, ja, gut. Jetzt verstehe ich das auch gut. Ja, es ist kompliziert, aber irgendwie so in seiner eigenen Logik macht es schon Sinn. Dann habe ich aber noch eine Frage. Ja. Also das ist jetzt wirklich eine Frage und keine Stichelei. Aber er hat ja diesen Punkt von die Vergangenheit will nicht verändert werden, blablabla. Das ist aber erst mal nur eine Arbeitsthese, oder? Weil ich glaube ja inzwischen, dass die Vergangenheit so in den... Die Gegenwart dann so in den Arsch gegangen ist. Lag ja nicht daran per se, dass er was geändert hat, sondern am Versuch an sich und der Erzeugung dieser vielen, vielen, vielen Realitätsblasen. Oder? Wenn man der Theorie, die wir vorhin hatten, folgt, also parallele Welten, dann würde ich sogar sagen, dass diese Veränderungen vielleicht gar nicht an den Veränderungen liegen, sondern an dem Springen selbst. Genau. Und an der Abwesenheit. Also verstehst du es auch so? Ja, würde ich auch so sagen. Könnte man auch sagen, umso weiter er in die Vergangenheit, also quasi, umso länger er drin bleibt, umso schlimmer könnte das werden? So würde ich das sehen, ja. Doch. Ja? Ja, also es kommt wahrscheinlich darauf an, was er macht. Also er greift ja in diese Parallelwelt, sage ich jetzt mal, anstatt Vergangenheit ein, die von dem Mann bewacht wird mit der Karte. Ja. Ja. Und umso mehr er da wirklich eingreift und nicht nur einfach mit dem Strom schwimmt, sage ich jetzt mal, einfach so, umso schlimmer könnten die Auswirkungen sein. Ich weiß, wo du hin willst. Ich glaube, die Frage ist aber trotzdem, wenn er jetzt in einem Rutsch, also er geht einmal durch die Tür und macht in einem Rutsch zehn schwerwiegende Veränderungen, kommt trotzdem am anderen Ende nur eine Parallelwelt Gegenwart raus. Der macht ja aber 25 Versuche. und deswegen, also ich glaube, das ist eine Kombination aus, das Wasser ändert und der Menge, wie oft das versuchen muss. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob es jedes Mal eine neue Parallelwelt ist, sondern nur eine, die ja halt 25 Mal in eine andere Richtung biegt. Wenn man den gelben Karten so glauben mag, dann ist ja immer jedes Mal eine neue Parallelwelt. Und Al hat ja zig, hundert Welten erschaffen, aber das war alles nicht so schlimm, weil er halt nur wenig verändert hat, weil er immer nur sein Fleisch gekauft hat und wieder gegangen ist. Ja gut, aber Al, der hat aber auch gedacht, das wäre einfach nur ein stinknormaler Neustart und der hatte nicht das Wissen gehabt, dass es eigentlich immer wieder eine neue Parallelwelt gibt und umso mehr das sind, umso größere Spannungen treten dann auf. In meinem Kopf, das wird glaube ich im Buch auch nirgendwo so erwähnt, ist es so, dass wenn du wirklich nur so eine kleine Änderung, du kaufst das Fleisch da und dann bist du wieder weg, so eine kleine Änderung in dieser Welt machst, dann spaltet sich zwar eine Parallelwelt ab, aber weil die Änderung so komplett nichtssagend ist, verbindet sich das alles wieder zu einem Hauptstrang. Ich glaube, das ist aus der Scheibenwelt. Ja, finde ich schwierig die Idee, weil ich glaube, ja, das würde gehen, wenn du es zehnmal machst, aber halt nicht, wenn du es zehntausendmal machst. Ja, deswegen steht die Karte ja auch schon auf gelb. Ja, okay, unter dem Aspekt, ja. Aber ist die Karte, ich dachte, ist das für die geistige Gesundheit das Ding? Ja, aber die geistige Gesundheit leidet ja wegen dieser unterschiedlichen Realitätsstränge. Wenn es deine Aufgabe ist, diese Stränge zu bewachen und so kleine Änderungen auszubügeln und du musst wirklich jeden Tag so einen scheiß Fleischkauf da rausholen, dann drehst du auch irgendwann durch. Achso, ich dachte nicht, du musst das ausbügeln, sondern der ist da, um zu verhindern, dass sowas passiert. Ich glaube, das Hauptproblem ist weder das Ausbilden noch das Verhindern. Ich glaube, das Hauptproblem ist in erster Linie, dass sie das für sich selber archivieren müssen und die quasi alle gleichzeitig im Blick behalten müssen und es werden einfach zu viele, deswegen verlieren die den Verstand. Ja. Ja, unsicherheit die im Blick behalten müssen oder auch nur können, weil es sind ja nach wie vor Menschen. Ich habe ein Zitat, Moment. Menschen, und wir sind Menschen, nicht außerirdische oder überirdische Wesen, falls du das glaubst, sind nicht dafür geschaffen, in ihrem Kopf multiple Realitätsstränge festzuhalten. Und festzuhalten spricht für mich für Archivierung. Das ist nicht so, als würde man einfach seine Fantasie gebrauchen. So ist das Ganze gar nicht. Wir sind natürlich dafür ausgebildet, aber man spürt trotzdem, wie es sich in einen hineinfrisst, wie es röre. Ja, okay. Nur mal so eine kleine Frage, ist eigentlich L irgendwie was aufgefallen, dass der gelbe Katermann sich irgendwie mal geändert hat oder so? Weil Jake, der ist ja nur so dreimal reingegangen und beim ersten Mal hat er nicht großartig was angestellt, aber der L, der muss ja zigmal reingegangen sein, auch hier nach Dallas und weiß der Geier, wo er überall hingemacht ist. es dann auch die Unterschiede geben müssen beim gelbe Katermann. Naja, also er hat ja definitiv geäußert, dass der eine Klatsche weg hat und dass er vermutet, dass der irgendwie ahnt, dass der gelbe Katermann irgendwas ahnt von diesem Portal und dass er diese Theorie entwickelt hat und den nicht nur für einen einfachen Säufer gehalten hat, impliziert für mich, dass er da eine Veränderung bemerkt hat. Er hat sie halt nur nicht in Ursache und Wirkung wahrgenommen. Und der zweite Wächter, der sagt auch ziemlich deutlich, ja, L wusste mehr davon und der andere Kerl hat garantiert mit dem geredet, aber wahrscheinlich hat L einfach nichts gesagt. Ja gut, das kann sein, dass er ihn einfach nur ignoriert hat, weil er ihn einfach nur als Säufer abgestempelt hat. Oder es war ihm egal. Ich zitiere auch hier wieder. Und was hat er dir erzählt, dass jeder Trip das erste Mal war? Ja, ein kompletter Neustart. Er lachte müde. Klar hat er das getan. Die Leute glauben, was sie sehen. Und trotzdem hätte er es besser wissen müssen. Du hättest es besser wissen müssen. Jeder Trip erzeugt seinen eigenen Zeitstrang und wenn man genug Stränge hat, verwirren sie sich unweigerlich. Hat sich dein Freund nie gefragt, wieso er immer wieder dasselbe Fleisch kaufen konnte? Oder weshalb Dinge, die er aus dem Jahr 1958 mitgebracht hat, nicht bei der nächsten Zeitreise verschwunden sind? Also, definitiv, der wusste es, er wollte es nur Ekorium. Ja, wenn man sich nämlich genau überlegt, du gehst in ein Restaurant, isst ein Fleisch, der Koch geht in die Vergangenheit und dann müsste das Fleisch theoretisch verschwunden sein und du müsstest wieder Hunger haben. Ja. Allein daran müsste man es ja schon merken, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast gerade gegessen und plötzlich ist dein Bauch wieder leer. Aber ja, es ist so, es sind Zeitreisen, Zeitreisen sind kompliziert. deswegen sehe ich es wirklich lieber als Dimensionssprünge. Wollen wir weiter im Buch vorgehen? Ich habe eine weitere Frage. Warum machen wir den Testlauf, den wir mit dem Hausmeister machen, nicht einfach direkt mit Oswald? Das hätte uns zwei Drittel dieses schwachsinnigen Buches erspart. weil Oswald zu der Zeit in Russland war. Nicht zu jeder Zeit. Ich meine, L verargumentiert das, ja, ich hätte den schon vorher erschließen können, da war aber gerade seine Frau und seine Tochter dabei. Ja, sehe ich ein. Ich verstehe auch das Argument, ja, die hätten mich vom Fleckweg verhaftet. Ja, sehe ich ein. Er schafft es aber, den Vater des Hausmeisters komplett ohne Probleme aus der Welt zu räumen. Und es hätte garantiert eine Situation gegeben und der war Oswald auch, auch nicht, bevor er noch um das zu räumen. Genau, vor allem, er könnte in seiner Gegenwart im Internet wirklich nutziös rausfinden, wo Oswald wann wie wo war. Ja, war nicht der Knackpunkt da gewesen, dass L sich nicht zu 100% sicher war, dass L alleine angegangen ist? Ja, das ist ja gerade das, was ich meine. Genau, wenn du nach drei Wochen Oswald umbringen kannst und dann gucken kannst, ob das geklappt hat, ist es immer noch besser, als wenn du nach fünf Jahren Oswald umbringst. Ach so, jetzt verstehe ich quasi, du reist in das Jahr 1958 zurück, lümmelst den Oswald über den Haufen, gehst direkt wieder zurück, guckst im Internet nach, was passiert ist und dann weißt ja, was ist. Genau. Ja, theoretisch, ja, man müsste nur wissen, wo er steckt und dann hätte man das vielleicht machen können. in der Hinsicht, ja, das ist verständlich. Ich denke, er hatte das Tagebuch, nicht mal, dass er zu blöd war, im Internet nachzugucken, aber er hatte ja die ganze Recherche von L. Es wäre kein Akt gewesen. Ja, und früher war es ja noch nicht so kompliziert gewesen wie jetzt mit, ja, hier, wir brauchen erstmal einen Ausweis und sonstige Papiere, damit du ins Ausland fliegen kannst. Na ja, gut, nach Moskau vielleicht schon, aber wie gesagt, der war ja vorher in Amerika, bevor er in Russland ist. Ja, aber gut, man hätte ihn erstmal ausfindig machen können und ohne Internet. Damals ging ja ein bisschen schlecht. Na wie gesagt, er hatte ja aber die Informationen von L. Er wusste ja, wo der sich rumtreibt. Und in seiner Gegenwart hat er ja auch Internet. Ich will eigentlich da auch nur auf den Punkt hinaus, weil wir gerade schon gesagt haben, ob diese apokalyptische Welt, die wir am Ende vorfinden, quasi nur auf dem Kennedy-Attentat beruht oder auf der Tatsache, dass wir 100.000 Versuche gebraucht haben. Das hätte man halt auch vermeiden können, indem man den gleich als Testfall nimmt. Das würde ich halt damit sagen. Ja, absolut richtig. Hab ich überhaupt nicht, oder ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ja gut, vielleicht wurde es damit abgestempelt, dass halt die Gefahr zu groß ist. Ja hier, du hast ihn jetzt nur aus Jux und Dollerei umgebracht und dafür wirst du jetzt weggeknastelt. Ja, den wörderischen Vater des Hausmeisters hat er ja auch ohne große Bedenken weggeräumt. Und der hatte ja zu dem Zeitpunkt auch offiziell noch nichts getan. Da hätten sie ihn genauso verhaften können. Das Risiko war dasselbe. Wurde da nicht in dem Buch mal erwähnt, dass sie da ein Bild zu Gotti dann dafür verknackt hatten. Oder nicht was? Sie haben ihn vererstet, sie haben ihn aber auch direkt wieder freigelassen. Ja gut. Ich will damit nur sagen, das Risiko war das gleiche. Theoretisch hast du recht, ja. Aber das ist halt auch sowas, da muss man sich glaube ich darauf einlassen, wenn einem hier schon nicht gelingt sich einfach auf diese Handlung einzulassen, auch wenn es einfach Logiklücken hat, dann ist es klar, dass einem das Buch nicht gefällt. Und für mich ist das hier auch wieder so ein ganz klarer Fall von Der Weg ist das Ziel, weil wir haben es ja am Anfang schon gesagt, der könnte auch einfach so in der Vergangenheit leben und ich hätte mehr Spaß daran als dieses Attentat. Da fällt mir gerade noch ein, wie war das nochmal mit den General Walker, da wo Oswald den da umbringen wollte, das war auch da der Moment gewesen, wo die auf 100% gekommen wären, dass sie sicher waren, er wäre alleine der Täter. In dem Moment, wo er eigentlich da los wollte und wollte das sich anschauen, hat er auch den Anruf gekriegt von dem Ex-Mann von Sadie, dass er sie jetzt gefangen genommen hat. Das war ja so der Knackpunkt, dass er dadurch das nicht erfahren konnte. Gut, wäre vielleicht dann auch so was passiert, wenn er den er abgemorxt hätte, weil die Chancen hätte er gehabt. Ja, aber diese Hemmschwellen hatte er ja bei allen anderen Konstellationen auch. Die Hemmschwellen, dass die Vergangenheit versucht, nicht verändert zu werden, hatten wir beim Vater des Hausmeisters, hatten wir beim Mädel, hatten wir überall und überall haben wir sie irgendwie überwunden. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben also beschlossen, wir retten jetzt den Hausmeister, den Hausmeister retten ist ein guter Testlauf. Erstmal egal, wie wir auf diese schwachsinnige Theorie kommen, jetzt gehen wir nach Dowie. Und jetzt frage ich dich, Flo, wie hat dir Dowie gefallen? Wie war das nach Hause kommen? Ich weiß, dass es dir nicht gefallen hat, selbst wenn ich es nicht aus deiner Frage raushören könnte. Du kennst den Spruch You can't go home. Es passt auch hier, aber trotzdem mochte ich diese Szene sehr. Die war absoluter Fanservice und absolut überflüssig, aber sie ist eine meiner Lieblingsszenen im Buch. Hattest du das Gefühl in Dowie zu sein? Wie gesagt, you can't go home. Es war nicht, dass Derry von vor ist, sondern es war das, nachdem Pennywise das erste Mal besiegt wurde. Es war so, als hätte man ein bisschen frischen Lack auf die alten Fassaden aufgetragen, aber das Feeling war schon noch da. Fassaden das ist mein Problem mit dieser Szene. Ich habe mich, auch wenn ich es in Teilen echt gehasst habe, aber ich habe mich trotzdem eigentlich darauf gefreut, nach Derry zurückzugehen, weil Derry ja eine für mich lebende, atmende, wenn auch böse Stadt war. Das ist es hier halt gar nicht. Er versucht das immer wieder rauszuholen mit so kleinen Momenten, aber es gelingt ihm nicht. Die kriegt keine Substanz. Ja, ich gebe dir recht, das ist halt auch nur Fanservice. Das, was mich daran aber ärgert ist, dass er den Teil, den ich in S schon gehasst habe, den hat er wieder eingefangen. Die Teile, die ich an S geliebt habe, die hat er nicht eingefangen. Ja, aber das ist halt dein Problem mit S. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann das auch nachvollziehen, aber ja, es ist für die Handlung halt auch total überflüssig. Das war doch eigentlich fast mal eher so Randnotiz gewesen. Das war so ein Teil, was hätte man auch prima rauslassen können. Hast du es gelesen, Herr Schaaf? Muss ich gestehen, ich habe es angefangen, aber ich habe es nie fertig gekriegt. Jonas, wie siehst du es denn? Du hast es mit uns gelesen. Es hat sich irgendwie nicht nach Derry angefühlt. Kann ich sagen, warum, aber das war nicht so. Und möchtet ihr wissen, was mich am allermeisten an diesem Fanservice gearbeitet hat? Er unterhält sich mit Beverly und Beverly, die aus einem Haushalt mit einem gewalttätigen Vater kommt, reagiert darauf, ja, das ist ja ein totaler Charmeer, die böse Zeiten sind vorbei, der tut niemandem was, das ist so ein hübscher Mann und so kultiviert, dass bei dem die Stall haben, blocken Leuten. Ja, man kann jetzt böse sein und sagen, das ist das Ändergebnis von diesem Ritual unten in der Kanalisation, dass sie jetzt kein Kind mehr ist, sondern eine Frau und genauso dumm wie die Erwachsenen und alles gut, sehe ich alles ein. Es ist einfach Schwachsinn, dass ausgerechnet sie sagt, das ist voll der Charmeer, da würde doch nie jemandem was tun, alles gut. Nein, hätte das, wie heißt der Trotter, mir fällt auch gerade nicht ein, der Junge gesagt, der diesen Kontext mit einer gewalttätigen Familie nicht hat, alles gut, hätte ich akzeptieren können, aber nicht von Beth. Ja, ging mir sehr ähnlich, in dem Fall tatsächlich. Ja, ähm, ähm, ich, ich, ich habe hier ein Zitat, wie gesagt, es ist halt Fanservice, aber es funktioniert bei mir auch, ähm, auch Clowns reißen Witze, sagte ich, beide fuhren zusammen, als hätte ich wieder in das empfindliche Nervenbündel gezwickt, das macht sie noch längst nicht nett, das wissen, wie er flüsterte Beverly, sie betrachtete ihre Hände, dann sah sie zu mir auf, wissen sie von der Schildkröte? Sie sprach das Wort Schildkröte mit eigenartiger Betonung aus. Also, King versucht hier, glaube ich, ein bisschen krampfhaft, dass die Geschichte noch richtig in seine anderen Universen zu verweben, ähm, das ist ein bisschen zu viel, selbst für mich. Ich habe überhaupt, wirklich überhaupt kein Problem mit diesem Fanservice und nicht mal mit der Schildkröte und dem ganzen Quatsch, das ist vollkommen okay für mich. Aber du kannst nicht sagen, es ist Fanservice, also, dass du das nicht machst, ist mir klar, aber ich meine als King, du kannst nicht sagen, es ist Fanservice und dann einen sehr, sehr wichtigen Teil, dieser Roar und dieses Gesamtkontextes einfach über den Haufen schmeißen, weil es dir gerade nicht in den Grad passt. Und der Teil mit Beverlys Vergangenheit ist nun mal ein wichtiger Teil der ganzen Geschichte. Ja, das macht halt einen großen Teil ihres Charakters aus. Eben, dann kannst du nicht einfach das wegschmeißen, und sagen, ja gut, die ist jetzt genauso blind wie alle anderen Leihler. Warum? Oder aber, es ist Absicht nach dem Motto, man ist einfach anfällig für diese Art Mensch, oder so. Das macht nicht viel Sinn. Nein. Naja, es würde schon passen, wenn man sich jetzt die erwachsene Beverly anguckt. Eben. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen unpassend. Ja. So kurz nach all den Sachen. Und wie gesagt, wir hätten das Problem völlig problemlos umschiffen können, indem das ihr Gefährte sagt, also der Junge, mit dem sie da rumhüpft. Wenn wäre das ganze Problem, dann hätte ich mich über diesen Ausflug nach Derry voll gefreut. Ich habe mich auch total gefreut, als er zu diesem Schrumpfstein da geht und plötzlich diese körperlose Stimme in sich lobt. Das hat mir voll gut viel Spaß gemacht. Aber er hat es halt alles wieder mit dem Arsch eingerissen. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Also ich sehe es jetzt nicht ganz so drastisch. Es hat mich jetzt nicht so sehr gestört wie dich. Aber ja. Es ist nicht wirklich charaktertreu zu dem Buch, das er so viele Jahre zuvor geschrieben hat. Gut. ja, wie fandet ihr denn die ganze Geschichte, wie wir den Hausmeister retten? Daran hatte ich tatsächlich Spaß. Die war ein bisschen langatmisch in Strecken, aber das hat mir tatsächlich gefallen. Den ersten oder den zweiten Versuch? Beide tatsächlich. Ich habe an beiden Spaß gehabt. Ja, fand ich auch sehr gut. Auch dass es mit der Widerspenstigkeit von der Vergangenheit, dass es in verschiedene Richtungen ging. Beim ersten Mal die Probleme mit dem Magen-Daten-Virus und beim zweiten Mal hat er diese höllischen Kopfschmerzen gehabt. Ja, das fand ich eine schöne Handlung, aber wie du schon gesagt hast, es zieht sich ein bisschen. Da wir das Ganze ja auch zweimal haben, gut, zweimal mit ein bisschen unterschiedlichen Ausgängen, aber da hätte er glaube ich doch, oder hätte er überall in dem Buch ein bisschen kürzen können. Naja. Gut. Dann gehen wir weiter, wir gehen zurück, wir stellen fest, oh, das hat funktioniert, zumindest teilweise, Hausmeister wurde in Vietnam erschossen. Scheiße. Ja, nun, aber immerhin besser tot als ein Krüppel, von daher haben wir ja gewonnen und außerdem haben wir ja sowieso vor den Vietnamkrieg zu verhindern, von daher alles tut die, wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit und wir retten den Hausmeister, diesmal machen wir es ein bisschen richtiger, ähm, schön und gut. Dann haben wir sehr viel Zeit und Langeweile tot zu schlagen und beschließen, wir retten jetzt auch noch das Klarschmitz gelähmte Mädel. Da muss ich sagen, wie gesagt, an dieser Szene hatte ich persönlich doch meinen Spaß. Schwierig fand ich tatsächlich, dass das so nebenbei läuft, weil ich habe ja gerade Langeweile. Andererseits ist ja die ganze Motivation des Buches Langeweile, also ist das genehmigt, aber was ich wirklich stabil fand und schön fand, ist, dass es eben nicht mehr primär darum ging, die Behinderung des Mädels zu verhindern, sondern darum ging, auch zu verhindern, dass sich der Schütze das Leben zum Arsch macht. Was ich da erstaunlich fand, dass es bei L so schwierig sich dargestellt hatte, wie Auto kaputt oder Bäume vor der Straße oder weiß der Teufel was und Jake, der setzt sich da Nachmittag mit dem Schützen, war es glaube ich, das war glaube ich, der Typ, der da mit dem Gewehr rumgeballert hat, dass er sich da Nachmittag hinsetzt und zockt da den ganzen Tag und nichts passiert, keine Widerspenstigkeit, das hat mich ein bisschen gewundert, warum da nichts aufgetreten ist. Ich glaube, der Punkt ist der, dass er hatte da auch kleine Hindernisse, aber keine allzu schlimm. Ich glaube, der Punkt ist, weshalb es für L so dramatisch war. Hat der denn außer diesem einen Rettungsversuch für das Mädel irgendwann mal irgendwas versucht zu verhindern? Also das Attentat konnte er ja nicht mehr versuchen, weil er ja dann schon krank war, aber wir haben doch keine Nachweise, dass der irgendwelche Experimente gemacht hat, außer bei den Mädeln in die Vergangenheit einzugreifen, oder? Ja, das war nur die einzige Sache. Es wird nichts erzählt, zumindest. Und deswegen glaube ich, dass es für Jake ein bisschen mehr von Übung hatte, weil er ja durch diese Hindernisse beim Hausmeister schon einen gewissen Gewinnungseffekt hatte. Ja, gut, das plausibel, ja. Aber dass wir das irgendwo so ein Kartenspiel lösen, das fand ich sehr charmant. Und ich muss auch sagen, ich habe an dieser Familie Spaß gehabt, auch hier, ich habe wahnsinnig Spaß gehabt an der Ehefrau, dieses Schützen. Aber nein, wir können Sadie nicht so schreiben, wir müssen da einen weiblichen Hauptcharakter komplett sinnlos verheizen. Großartig. Nur um nochmal auf die Argumentation mit Kind ihrer Zeit zurückzukommen. Alle anderen Frauen in diesem Buch sind gut. Ja, nein, ich sage auch nicht, dass es da schon liegt, dass das ist, sondern dass King damit versucht, sich zu rechtfertigen, dass er das nicht rein kann. Ich sage auch nicht, dass dein Argument invalid ist, sondern seins. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich sagen, ich habe mehr Empfinden entwickelt für die Mutter von Sadie als für sie selber, weil ich einen richtigen Hass auf diese Frau geschoben habe. Schon allein, wie sie Sadie behandelt hat und was ja der, wie hieß der nochmal, der Johnny Clayton hieß ja glaube ich, was das für ein ach so toller Schwiegersohn ist und hat man nicht gesehen, da hat man richtigen Hass auf diese Frau geschoben, was man so eigentlich so gefühlstechnisch auf Sadie gar nicht so entwickelt hat, finde ich. Ja, und da sind wir wieder beim nächsten Problem von Kings Misogony, die er nun mal hat, das tut mir leid, ich weiß, es werden Leute bestreiten, aber die hat er. Lütterfiguren sind bei King immer ein Problem und die kann man alle immer hassen. Und die sind im Übrigen auch immer an allem schuld. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf Big Treiber verweisen. Bestes Beispiel. Ich möchte daran erinnern, dass du gerade sagst, die Mutter von dem Kind, was da nicht angeschossen wurde, war in Ordnung. Ja, weil das Kind noch klein genug war, dass man es noch nicht verziehen kann und ihm noch kein emotionales Trauma einreden kann. Aber ich wette mit dir, wäre dieses Kind fünf Jahre oder zehn Jahre älter gewesen und der Punkt wäre gewesen, ja, du hast nicht mit deinem Papa gespielt. Deswegen ist der heute in den Wald gegangen und hat dieses Kind totgeschossen. Würde ich Geld draufsetzen. Ja, aber ist das nicht realistisch? Ja, aber das ist ein anderes Problem. Okay. Gut. Weiter. Wir haben das Mädel gerettet und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich sagen musste, da hat sich das Buch für mich unglaublich gezogen und ich habe unglaublich viel nur noch quer gelesen, wenn ich ehrlich bin. Und das ist dieser ganze Teil, als er dann in Dallas ist. Diese ganze Schulkarriere, diese ganze Sache mit Sadie. Habt ihr da Schlaglichter, über die ihr sprechen wollt? Ich fand die ganze Tanzgeschichte im Buch allgemein ziemlich cool. Das hat mir gefallen. Okay. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das hat mir auch gut gefallen. Also, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass diese zweite Hälfte oder das letzte Drittel kann man glaube ich sagen, dass sich das ziemlich zieht. Also, umso näher es ans Finale gekommen ist, umso anstrengender wurde es für mich auch. Auch hier dann diese Geschichten mit dem Sportwetten und so weiter. Das hätte spannend sein sollen. Ich fand das einfach nur anstrengend. Ich hätte tatsächlich auch wieder lieber gehabt, wenn er einfach sein Leben gelebt hätte. Richtig. Ja, da waren viele Sachen dabei, was man hätte nicht unbedingt brauchte. Gut, das war vielleicht historisch gesehen, dass man das mit reinbringt, aber ansonsten haben viele Stränge. das hätte man sich schon ein bisschen sparen können, weil das war einfach nur, ja, weiß ich, zum Auffüllen oder so, ich weiß es nicht. Aber musst du denn ein über 1000 Seitenbuch mit aller Gewalt auffüllen? Ja, ja, das ist ja das, das finde ich ja immer so schlimm, das fand ich ja damals schon bei die Arena so schlimm, dass viele Sachen, was dann so Nebenschauplätze waren, was eigentlich uninteressant für die Hauptgeschichte ist, für was braucht man das? Und hier waren auch ein paar Sachen gewesen, wo ja zum Beispiel New Orleans rumgestiefelt ist, ja, aber das braucht man noch nicht wissen wegen der Hauptgeschichte. Da hätte man das genauso gut kurz anreißen können, ja, hier, ich bin über New Orleans dann nach Dallas gekommen, zum Beispiel. Ich meine, ich möchte nicht ausschließen, weil ich mir da einfach keinen, ich habe da einfach den kulturellen Hintergrund nicht, das war kein Deutsch, ich habe da einfach keinen kulturellen Hintergrund, deswegen kann das sein, dass das quasi historischer Fanservice für den Ami ist, aber ja. Auch, dass er hier so im letzten Teil des Buchs versucht, Oswald einen richtigen Charakter zu geben und aufzubauen. Das würde funktionieren, wenn Oswald der Bösewicht in dem Buch wäre, das ist er aber nicht. Der ist auch wieder nur ein Mittel zum Zweck und all diese Szenen, da hätte man auch die Hälfte mindestens kürzen können. Ja, das ich weiß gar nicht, wie oft er in Dallas und Umgebung umgezogen ist, das hätte man also ein bisschen zusammenkürzen können, aber wie gesagt, das waren ja halt so die Zeitsprünge, wo hat sich Oswald aufgehalten, wo war seine Frau gewesen, dann dieses Hin und Her und ja, das war halt viel, was man nicht brauchte, aber ich hätte es mal, es hat man alles so ein bisschen mit zeittechnisch übernehmen wollen, damit man halt so Parallelen ziehen kann, welchen Schachzug muss jetzt Jake machen oder hat er jetzt erstmal für ein halbes Jahr Pause, weil er gerade wieder nach Russland gemacht ist, zum Beispiel, aber wie gesagt, das hätte man alles ein bisschen kürzen können. Und das nächste Ding, es gibt da wahnsinnig viele Szenen, die einfach so nebenher laufen. Ich habe auch grundsätzlich nichts dagegen, weil in solchen Büchern wie zum Beispiel es oder in einer kleinen Stadt sind ja diese Nebenhandlungen das, was diese Stadt lebendig macht. Das passiert hier aber nicht. Er hat klar diese rassistischen Auslufe, die da ab und zu passieren, das finde ich unter der politischen Botschaft, die das Ganze hat, ja sinnvoll, dass die dargestellt werden. Aber zum Beispiel spielen wir auch wieder in dieser Wohnung und in dieser Schulbuchlager Geschichte, damit, dass er wieder diese körperlose Stimme hört vom bösen TM. Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt in dem Buch ein Gefühl dafür getrückt, dass Oswald nicht einfach nur ein Versager ist mit Langeweile und einer Waffe, sondern dass er zum Beispiel als einer der Agenten des Schallagorten Königs oder des bösen TM in irgendeiner Form da gezogen oder beeinflusst wird oder was. Hätten wir das gehabt, hätte ich daran auch Spaß gehabt, das kommt aber nicht vor. Und zum Beispiel die Lea hat in einer der letzten Folgen mal die Theorie geäußert, sie glaubt mittlerweile, King schreibt gar nicht mehr selbst, sondern da sind nur noch Ghostwriter und da macht er ein bisschen auf Konsolik. Und ich muss sagen, gerade mit diesem Buch, das hat ganz viele Anleihen, wo man was hätte, wo man ein King-Buch hätte draus machen können. Und er hat sie nicht genutzt. Und ich bin ganz ehrlich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich stimme dieser Theorie fast zu. Könnte man sagen, das war ein Buch, was Stephen King geschrieben hat, als Sachbuch, quasi als historischen Hintergrund, als Sachbuch Buch geschrieben. Nur halt mit einem Stephen King-Aufdruck drauf. Ich glaube, dafür ist es zu oft inkorrekt. Ja. Ich glaube, der Theorie jetzt auch nicht so wirklich. Ich auch nicht, aber es fühlt sich immer echter an. Ja, ich denke einfach, dass es auch dem Alter geschuldet. Er will noch so viel erzählen und er kriegt es halt nicht mehr so ganz so hin, weil die Welt sich weiter gedreht hat. Ja, gut, wenn man aber sieht, wann er damit angefangen hatte und dann hat er es jahrelang liegen gelassen. Ich glaube nicht, dass er die 14 Seiten noch hatte. Er hat wohl nur mal ganz von vorne angefangen. Aber gut, so Ideen reifen natürlich auch. Aber dann sollte man denken, dass er sie doch schon so ein bisschen mehr überlegt hat nach 40 Jahren. Dass sie wenigstens Substanz hätte. Ja. Und seien wir ehrlich, das hat nicht gereift, das hat nur angefangen zu gammeln. So weit würde ich es nicht gehen, aber sie ist eher sowas wie ein Twinkie. Also sie wird nicht schlecht, aber sie gammelt halt auch nicht, sondern sie ist halt Schall. Ja, es schmeckt halt so wie vor 40 Jahren. Gut. Naja, und dann kommt dieser ganze Teil mit Sally, ihrer Verletzung, ihrem Ex-Mann, bla bla bla. Die Vergangenheit wird sich immer mehr verändert zu werden, was in meiner Welt übrigens in Angetracht unserer Parallelwelt-Theorie auch überhaupt keinen Sinn macht, weil warum sollte sie das überhaupt tun? Wieder die Vergangenheit, die Parallelwelt weigert sich, verändert zu werden von einem, der von außen kommt, nicht die Vergangenheit. So sehe ich, ist das meine Theorie jetzt. Ja, okay, aber ich, für mich ist halt der Punkt, wenn wir mit jeder Veränderung in dieser anderen Parallelwelt, in unserer Gegenwart eine neue Parallelwelt schaffen, weiß die ja nicht, dass sie verändert worden ist. Deswegen kann die eigentlich keinerlei Grund haben, sich dagegen zu wehren. Deswegen sind sie in meinem Kopf ja alle verknüpft. Also die, die Zeitstrenge der Welt. Was ich ja auch erstaunlich fand, der Jake, der hat ja eigentlich das Leben von Sadie sehr beeinflusst in dem Zeitstrang, wo er mit ihr regelrecht zusammengelebt hatte. Und da fand ich es ja eigentlich erstaunlich, dass da eigentlich jetzt nichts irgendwie gravierend schiefgelaufen ist, bis auf jetzt die Sache mit ihrem Ex-Mann. Ja, ja, was soll da auch Bedeutungsvolles passieren? Da ihr Leben unterscheidet sich im Prinzip darüber, ob sie am Ende des Tages Kartoffelsuppe oder Linsensuppe isst. Ja, aber ich finde es trotzdem, dass es ja aber auch so eine Art Veränderung in der Geschichte gibt oder nicht. Quasi, was jetzt sie betrifft. Weil da gab es irgendwie keine Gegenwehr von der Gegenwart. Naja, aber ich glaube, das ist ja der Punkt, den wir schon angesprochen hatten. Beim Hausmeister zum Beispiel verändern sich mit einem Schlag fünf Leben. Das Leben der Schwester, der Brüder, von ihm, also vom Hausmeister Säure. Das heißt, du hast dadurch eine viel größere Welle. Bei dem querschnittsgelähmten Karrieren oder irgendwas weder in der einen noch in der anderen Variante. Und da Sadie auch genau keinen Einfluss hat auf irgendwas, ist es halt auch völlig egal, was sich in ihrem persönlichen Leben ändert. Ja gut, da ist auch wieder recht, weil am Ende liest er ja nach, was mit Sadie so ist, das stimmt schon. Jonas, hast du eine Meinung? Zu welchen der vielen Punkte gerade? Alles. Nee, gerade nicht. Entschuldigung. Dieser ganze Punkt mit dem Verhindern des Attentals, wie hat euch das denn gefallen? Weil bei mir es sollte Spannung erzeugen, es hat genau nicht funktioniert. Es hat bei mir nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber dadurch, dass da dann endlich wieder ein bisschen Geschwindigkeit ins Buch reinkommt, fand ich es zumindest nicht schlecht. Das war für mich eigentlich ab dem Punkt, wo quasi Jake aufgemischt wurde von den Schläger-Trupp, von seiner letzten Wette, die er da getätigt hatte, wo er dann halt diesen Gedächtnisverlust erlitten hat. Das hat dann richtig Fahrt aufgenommen, umso näher, dass dann dem Attentats Datum gekommen ist. Ansonsten, ja, das war halt dann wieder so eine Strecke, was ich dann sehr mit Nebensachen dann gefüllt hatte, mit hier mal irgendwo sich getroffen, dann einmal hier, Sadie ja noch eine OP gehabt, ja. Ja, aber auch die eigentliche Situation, wie wir dann das Attentat, nein, völlig bedeutungslos in meiner Lesart. Ja, es war irgendwie klar, dass das Attentat verhindert wird, das stand eigentlich vollkommen außer Frage. Es war halt nur die Frage, wie es passiert wird, aber trotzdem ich das wusste, hat es mich ein bisschen mitfiebern lassen. Ich kann das jetzt nur vergleichen mit, ich hau das Buch glaube ich durcheinander, wo wir den wahnsinnigen Präsidentenflur, weißt du, was ich meine? Ist es Deadzone? Ich glaube, es ist Deadzone. Du meinst Deadzone, ja. Wenn wir da die zwei sehen, dann mal diesen Endkampf in Deadzone und den Endkampf hier so in Relation setzen, da war Deadzone besser. Und Deadzone war auch kein gutes Buch. Deadzone war nicht ganz verkehrt, aber bei Deadzone hattest du am Ende halt, du hattest kein Shootout, du hattest eher einen moralischen Sieg, weil dieser Präsidentschaftskandidat sich selber offenbart. Genau, der nimmt ja ein Kind und hält es als Schutzschild vor sich, als Johnny Smith versucht, ihn zu erschießen. Und hier, du weißt ja eigentlich, was passiert und es gibt nur zwei Ausgangsmöglichkeiten. Entweder das Atizat findet statt, wie wir es kennen, oder es wird verhindert. Und verhindert, dann ist es klar, Auswahl muss aufgehalten werden. Es fehlt hier irgendwie so die Spannung, weil du, ja, du hast halt, du weißt schon, dass eine von zwei Möglichkeiten passieren muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn hier jetzt tatsächlich noch was ganz Unvorhergesehenes passieren würde. Was weiß ich, okay, Oswald legt an, sein Finger biegt sich, plötzlich erscheint ein UFO über Kennedy und beamt ihn hoch und Goldbombe, Goldbombe, Goldbombe. Ja, genau, Gottes Hand kommt oben runter, schnappt sich Kennedy am Schlamittchen, schuttelt ihn durch, Oswald scheißt sich ein und rennt schreiend weg und aus. Das wäre überraschend gewesen, nicht gut, aber überraschend. Aber so wusste man halt, was passiert. Und ja, wieder das, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, das ist halt auch wirklich einfach nur ein Punkt, der abgearbeitet werden muss im Laufe der Geschichte und nicht das Finale. Hattet ihr denn wenigstens an der postapokalyptischen Welt Spaß, in die er dann zurückkehrt und zu überprüfen, was passiert ist? Ich hätte es sogar toll gefunden, wenn er dann nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätte, wieder durch den Kaninchenbau zu gehen. Quasi, dass er mit der Welt dann mit leben müsste, was er dann halt dann in Anführungsstrichen geschaffen hatte. Genau, das wäre dann sowas wie eine extrem lange Twilight Zone Episode gewesen. Ja, das hätte mir auch gefallen. Ich hätte tatsächlich, am Anfang dachte ich, ihr und natürlich ist es hier so Postapokalypse. Ich hätte gerne dann doch noch ein bisschen mehr davon gehabt. Lieber vorher noch 200 Seiten rausgestrichen und dann hier noch ein bisschen dran. Ja, und ich muss sagen, was mich geärgert hat, dass wir im Prinzip dem Hausmeister ja auch, da hat sich ja auch nicht viel geändert, ich meine, er wird von jugendlichen Rotzlöffeln mit Stein beworfen und blablabla, okay, er hat eine Familie und alles okay, aber woran ich wesentlich mehr Spaß gehabt hätte, wenn plötzlich unser Hausmeister mit seinen kleinen in Ordnung, acht, neunzig, ich weiß nicht, wie alt er dann ist, voll der Rambo-Typ gewesen wäre und so Maschinengewehre an seinem Rollstuhl oder irgendwas, dann hätte ich da wenigstens Spaß gehabt, aber nicht mal das ist mir verrennt. Ja, oder er trifft L in so einer Mad Max Zukunft dann doch plötzlich, ja sowas, das wäre überraschend gewesen. Ja, man hätte es wirklich ein bisschen mehr weiter spinnen können, also ich hätte da echt Spaß mit dran gehabt, also ich hätte auch so gedacht, jetzt noch ein paar Seiten mehr damit, das wäre mir richtig gut, aber war ja leider nicht gewesen, schade drum. Ich fand es lustig, dass Maine jetzt zu Kanada gehört. Maine findet das auch lustig. und jetzt habe ich das, wann haben wir angefangen aufzunehmen? Vor einer anderthalben Stunde ungefähr und ich habe permanent geschimpft und ihr habt mir eigentlich in keinem der Punkte, über die ich geschimpft habe, widersprochen. Deswegen frage ich euch jetzt ausdrücklich, was hat euch an diesem Buch gefallen? Es war spannend, ich weiß nicht genau was, aber es hat halt Spaß gemacht zu lesen. Die Reise, ja. Es war stimmungsvoll. Genau das. Stimmungsvoll ist ein gutes Stichwort. Was war für dich stimmungsvoll? Außer, dass er beschreibt, das Essen schmeckt besser und es riecht wie scheiße. Die persönlichen Erlebnisse. Ja. Ja, das typische, der Weg ist das Ziel. Also mir hat das auch so ganz gut gefallen, quasi als hätte man bei jemandem das Tagebuch gelesen, was er ja auch selber gesagt, Jake selber geschrieben hat, so eine Art Tagebuch und ich fand es auch so ganz nett und ja, ich weiß nicht, ob es damit an dem historischen Hintergrund liegt, aber mir hat das so wirklich ganz prima gefallen. Es war halt ein Reisebericht. Ja, aber... In Reiseberichten gibt es vieles, was doof läuft und man kann sich dann sagen, Mensch, warum bist du denn unbedingt in diese Bar reingegangen? Weiß doch jeder, dass das schief geht, so wie du beschrieben hast, dass sie aussieht und so. Aber ja, es war halt interessant. Ich glaube, es kommt hier sehr drauf an, kann man sich auf das Konzept einlassen oder kann man sich auf ein Konzept einlassen, dass so viele Logiklöcher hat? Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich meine, der Turm hat auch tausend Löcher. Das ist vollkommen okay. Mein Problem ist, die klassische Heldenreise oder überhaupt ein Reisebericht, selbst wenn Wildweißenfrisch Australien stattfindet, passiert eine Entwicklung im Charakter und die ist hier nicht vorhanden. Nein, das ist bei Reisegeschichten so. Bei Reiseberichten nicht. Reiseberichte ist, das und das ist mir passiert. Und ich habe mir dazu Gedanke XY gemacht und habe daraus eine moralische oder anderleidige Lehre gezogen. Nicht unbedingt. Ich weiß jetzt, Rotbier schmeckt gut. Ja, wenn du das vorher nicht wusstest, ist das eine Entwicklung. Ja, aber diesen Erkenntnisprozess hat er nicht. Er sagt, das Rotbier hier schmeckt gut. Er sagt nicht, Rotbier schmeckt gut. Er sagt nicht mal, Rotbier schmeckt mir, dass er sagt, er hätte jetzt eine Selbsterkenntnis erlangt. Oder er sagt, oh, mit Sadie habe ich plötzlich die Tiefen meiner Gefühlswelten entdeckt. Nein, das findet nicht statt. Der Mensch hat keine Entwicklung. Gar keine. Nein, doch, die muss er ja auch nicht haben. Ich würde sogar behaupten, das, was er durchgemacht hat, hat ihn härter gemacht. Ja. Weil, weil das hat er, glaube ich, da, als er in diesem postapokalyptischen Zeitraum wieder zurückgekehrt ist, hat er ja selber auch gesagt, dass er jetzt eine Mischung von Jake und dem George Emerson ist, weil, äh, das ihn härter gemacht hatte, jetzt mit diesen Jugendlichen da umzuspringen, zum Beispiel. Also den direkt eins auf die Schnauze haut. Aber davon merke ich halt nicht. Das weiß ich nur, weil er mir das sagt. Ja, das ist der Knackpunkt, weil man ja nicht genug mitbekommt. Weil, ich finde, man hätte es zum Schluss, hätte man es ein bisschen weiter schreiben können, um dann, äh, so eine Art Fazit von sich selber zu ziehen. Er ist ja auch, er hat dann zum Schluss, hat er ja auch Sadie wieder besucht, als sie ja ein Stein alt war. Äh, ja, da war er auf einmal Schluss. Dann hätte er ja trotzdem noch irgendwie eine Entwicklung von sich selber sagen können, ja, hier, äh, ich habe sie jetzt so in ihrem Leben gelassen, wie sie gelebt hat. Und ich habe mich jetzt so weit entwickelt und sage, ja, hier, ich muss jetzt damit leben. Aber damit kriegst du ja nichts von mir. bei mir wäre der Punkt, wir haben dieses Buch angefangen mit dem Kommentar, dass er nicht weinen konnte. Hätte er nicht zu diesem Tanz an dem Ende dann, zu Sadie wäre er nicht hingegangen, hätte mit der getanzt oder irgendwas, sondern hätte sie einfach nur beobachtet und hätte dabei eine Träne vergossen, wäre das für mich ein Bogen gewesen, ein emotionaler. Ja. Wir haben am Anfang einen Charakter, der total passiv ist, der von seinem Leben so gelangweilt ist und ich würde sagen, er hat in seiner Reise in die Vergangenheit gelernt zu leben. Nein. Doch. Wieder spreche ich dir. Der geht jetzt, nachdem er von dem, von dem, von der Veranstaltung mit Sadie weggeht, geht der weg, setzt sich in seinen Lehrerzimmer im Zweifelsfall oder was auch immer er tut und gammelt wieder die nächsten 40 Jahre seines Lebens genauso, wie er es vorher getan hat. Er glaubt dann zwar vielleicht, er ist der große King, aber er gammelt genauso rum wie vorher. Das weißt du nicht. Aber er wurde nur vom großen King geschrieben. Ja. Er wollte doch eigentlich, nachdem das passiert war, dass halt Sadie umgebracht wurde, wollte er auch sofort wieder in die Vergangenheit, äh, in die Gegenwart, warte, jetzt gucke ich selber schon durcheinander hier, äh, wollte sofort in die Gegenwart zurück, um das wieder umzuändern, dass sie wieder lebt, damit er wieder mit ihr zusammenleben kann. Und als er in die Vergangenheit wieder zurückgegangen ist, hat er ein paar Tage gebraucht, um sich klar zu werden, äh, nee, das wird jetzt einfach nichts mehr, aber er war ja fest entschlossen gewesen, wieder nach, äh, äh, wie hieß nochmal, äh, äh, der Ort, wo Sadie gelebt hatte, äh, Jodie, genau, er wollte ja unbedingt, äh, wieder nach Jodie, um mit ihr zusammenzuleben. Da war er fest entschlossen. Und, äh, ja, das war ja, anfangs war es ja gar nicht, da hat er ja nichts vorgehabt, äh, ja, könnte ja mal den Hausmaster, äh, besseres Leben verschnafen und so, ansonsten hat er keinen richtigen, Drang jetzt so gehabt, aber zum Schluss, da war er richtig fest entschlossen, wieder mit der Sadie ein Leben wieder anzufangen. Ja, aber ganz ehrlich, wäre er fest entschlossen gewesen, hätte er sich von der ganzen Realitätsblasennummer absolut nicht beeindrucken lassen. Die einzige Entwicklung, die ich vielleicht akzeptiere, die er hat, ist, dass er von egoistischer Langeweile zu ganz, ganz grob altruistischem Handeln, dass er eben nicht die Welt opfert, an diese, also die Zukunft an diese Realitätsblasen opfert, für sein persönliches Glück. Das wäre die einzige Entwicklung, die ich vielleicht akzeptiere. Aber wenn er entschlossen wäre, würde er trotz dieser Realitätsblasensache zu Sadie zurückgehen. Was wäre gewesen, wenn er in der Geschichte gesagt hätte, scheiß drauf, was mit Kennedy passiert, ich weiß, dass er dann und dann umgebracht wird, ich weiß, dass ich etwas machen kann, aber ich will nicht, weil ich jetzt glücklich mit Sadie hier in Jodie leben könnte. Was wäre dann gewesen? Damit hätte ich leben können, das wäre prima gewesen. Ja. Ich glaube, wenn ich für alle sprechen würde, würde ich sagen, da wären alle dann glücklich gewesen. Gut. Möchtet ihr noch schöne Schlaflüchter, schöne Szenen, irgendwas, was euch daran gefallen hat? Eine kleine Szene, die ich ganz nett fand, das war, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Ort das war, der hat ja so viele Orte besucht, als er dieses junge Pärchen in so einem Park entdeckt hatte, die tanzen geübt hatten. Und ja, das war Beverly und die Szene fand ich eigentlich ganz nett. Fand ich eigentlich aber schade, dass er dann nicht nochmal nachgeguckt hatte im Internet, wo er wieder zurückgereist ist, um nachzuschauen und so weiter. Hat er kurz mal angerissen. Hätte mich auch mal interessiert, ob die vielleicht den Wettbewerb gewonnen hätten. Gut, das war so viele Jahre her, ob er das noch wusste. Das war ja bei seinem zweiten Durchgang, wo er ja hier den Hausmeister retten wollte, was ja so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und er ist ja sofort wieder am nächsten Tag ja zurück, um nach dem Hausmeister zu schauen, was das Ergebnis war. Und hätte er sein können, dass er daran gedacht hatte. Das hat mich so ein bisschen interessiert, aber hat er ja leider nicht mehr herausgefunden. Jonas, du wolltest gerade noch was sagen? Ich wollte gerade sagen, aber wenn du wissen willst, was mit dem 2. im Jahr 1985 passiert ist, dann musst du es zu Ende lesen. Genau. Oder unsere 6-Stunden-Folge hören. Oder das. Und davon schreie ich. Zu Unrecht. Gut, ich werde mir am besten mal beides vornehmen, weil ich glaube, ich bin ja wie gesagt sowieso der Hörbuch-Fanatiker. Das war ja ein Riesenschinken. Da muss ich kurz mal nachgucken, weil der war, glaube ich, fast 40 Stunden oder sowas. Also das war 35, 34, irgendwie so mitdreht. Ja, ein ordentlicher Klopper. Und es ist noch ein Stück weiter. Mal gucken, wo ist es denn? 52 Stunden. Ich würde jetzt einfach an den nächsten Themen-Schwerpunkt wechseln. Und das ist die Symbolik. Und das ist mein Problem. In allen King-Büchern, also ich sag mal, bis zum Turm, konnte ich in allen King-Büchern mir irgendeine Symbolik aus den Rücken schneiden. Die war oft schwachsinnig, das bin ich der Erste, der das zugibt. Aber es ging. Seit dem Turm ist das nicht mehr vorhanden. Und das ist wieder der Punkt, weshalb ich fast geneigt bin, auf einer emotionalen Ebene, wenn auch nicht auf einer rationalen, der Theorie von Lea zuzustimmen. Es fühlt sich einfach nicht mehr nach King an. Es ist nur noch rational, wenn auch fantastisch, aber rationale Fantastik. Da kommen wir wieder auf das Thema. Dafür hat es aber wieder zu viele Logiklöcher. Und es hat für mich keinerlei Pathos mehr. Es hat nicht mal diesen ich-habe-nen-Helden- oder-Gott-Komplex-Faktor nichts. Das Einzige, was ich hier gesehen habe oder was ich vielleicht sehen könnte als Symbolik, ist diese Sache mit den Karten. Und seien wir ehrlich, das ist eine ganz profane Ampel-Thematik und das ist eines Kindes nicht wirklich. Habt ihr Symbolik? Natürlich nicht. Bestimmt irgendwo, aber ich habe sie gerade verlegt. Hat der Hund gefressen. Ich muss auch passen. Dann gehen wir in die Querverbindungen. Wir haben ja gerade die Verbindungen zum Turm schon genannt. Wie gesagt, es gibt im Turm mehrere Klüren, die in dieser Zeit uns zum Attentat führen. In Sarah ist zum Beispiel auch Mike Nunen durch so eine Tür unterwegs, beziehungsweise er hört hinter einer dieser Türen, dass das Blut ist das Blut von Präsidenten auf den Strümpfen der Frau. Ja, und ansonsten diese ganze Thematik mit wir müssen einen Attentat verhindern, haben wir eben unter anderem auch in Deadzone. Der Ex-Mann von Sadie Dunhill, der Johnny Clayton, der fährt einen weiß-roten Blumefury, quasi genau das gleiche Auto wie in dem Buch Christy. Genau, dann haben wir ja schon erwähnt Lengoliers und auch die Kurzgeschichte Uhr, die auch diese Zeitthematiken haben und wir haben sehr, sehr, sehr viel 19 und 99 in dieser Geschichte. Wirklich überall, also natürlich auch wieder Quersummen überall und das Root-Bier, das wir öfter erwähnt haben, kostet mit den Abgaben für Steuern 19 Cent, aber was ich besonders schön fand an diesen Hinweisen war der Tag, an dem das große Erdbeben stattgefunden hat in der postapokalyptischen Welt. Das war nämlich der 19. Juni 1999. Das war der Tag, an dem King diesen schweren Unfall hatte und überfahren wurde. Dann ist es noch so, dass Templeton, also unser Diner-Wirt, seine Kurzabstecher an den Lake Jones nennt und ja, die Kurzgeschichte der Jones ist ja auch eine Zeitreisethematik im King-Universum und wir haben ja schon erwähnt, dass im Alternativen 2011 Jake dann einen Takuro-Spirit sieht, was eben uns beweist, dass wir eine Parallelwelt sind. Ja, Derry haben wir ja auch schon erwähnt, also nicht nur Ace, sondern auch die anderen Derry-Romane spielen dann da rein, Schlaflos, Daditz und so weiter. Wurde Castle Rock nicht auch erwähnt? Ich glaube, es ist auch mal so im Nebensatz gefallen, ja. das haben wir natürlich auch aus unzähligen Geschichten. Jake ist zum Beispiel auf der Route 196 unterwegs, auf der sind auch die Jungs in die Leiche unterwegs und die Leute in Todesmarsch marschieren dort auch entlang. Dann ist die Frage, habt ihr Zitate? Ich habe mir welche markiert im Bürgerbuch und habe natürlich nichts rausgeschrieben. Moment, du hast es geschickt, ich schaue nach. Gut, dann fange ich mal mit einem an und das ist, als er nach Derry kommt, leider ist es auch wieder so ein Fall, hätte man lieber Show, don't tell, aber er hat es halt so beschrieben, mit dieser Kleinstadt wäre irgendwas nicht in Ordnung. und ich glaube, dass ich das von Anfang an wusste. Ich hätte, wenn dann liebts sind Pockenlauben so hübsch wie Grübchen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sein werde, bis die hohen Tiere in der Zentrale sich zu einer Entscheidung durchringen, sagte ich, aber ich werde ihnen schreiben. Zeitreisende loben viel. Leute zu ängstigen war dreckige Arbeit, aber irgendjemand musste sie nun einmal tun. Sarkastische Menschen sind unter dem Panzer so weich wie Marshmallow. Gut, Ergänzungen? Die Welt zu verbessern ist wichtig, aber ebenso wichtig ist es, allein aufs Klo zu gehen. Ja, das ist schön, das stimmt. Aber das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt. Ich habe normalerweise, wenn ich so ein King-Buch lese, vier Seiten Zitate und hier habe ich eins. Gut, reden wir über Verwertungen. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal die Serie angerissen. Wollt ihr über die Serie sprechen? Ja, gerne. Also ich hätte da ein paar Kritikpunkte. Ja, dann erzähl mal, ich habe sie gesehen, als sie rauskam, ich habe es aber jetzt nicht mehr geschafft, sie mir nochmal für diese Folge anzugucken. Deswegen ist bei mir nur noch schwach in Erinnerung. Angefangen ist, dass die Serie eigentlich im falschen Jahr stattfindet, wenn man durch das Buch kommt man in das Jahr 1958, die Serie fängt mit 1960 an, dann hat der Hauptcharakter eine andere Identität, im Buch nimmt er die Identität von dem George Emerson an, in der Serie heißt er James Emerson, dann, was mich auch so ein bisschen geärgert hatte, als großer Autofan, dass er ein falsches Auto gefahren hat, im Buch ist es ein 1944er Ford Sundiner in weiß und kirschrot, in der Serie fährt er ein 1958er Ford Fairlane in gelb-schwarz, Sadie wird auch erwähnt im Buch, dass sie eigentlich einen Käfer fährt, in der Serie fährt sie auch fort, glaube ich, dann eine Person, die im Buch eine kleine Nebenrolle spielt, das ist der Bill Tercotti, der auf den Jake angesetzt wird, in Derry, der ist in der Serie sehr stark vertreten, da wird ihm erzählt, dass der Jake aus der Zukunft kommt, dann geht er zum Wettbüro und hat mehrere Wetten abgeschlossen und daraufhin wird der Jake in der Serie verklockt, weil er selber auch eine Wette abschließt und das haben die im Wettbüro mitbekommen und darauf kriegt er eine ordentlich auf den Deckel und wenn wir gerade bei der Verletzung sind im Buch da wurde ja Jake sehr schwer verletzt an Knie Arm Kopf und innere Verletzungen in der Serie kriegt er nur eine Kopfverletzung also das Knie ist heil der kann ganz normal laufen der Arm ist okay und ja das sind so Kleinigkeiten dann was auch sehr gravierend ist fand ich der dieses Aufeinandertreffen von dem Johnny Clayton mit Sadie im Buch wurde es ja so geschrieben dass er so ein bisschen abgedreht ist hat sein Aussehen verändert in der Serie ist er sehr elegant gekleidet und auch vernünftig gestylt also Haare sitzen und rasiert und so weiter und Jake und Johnny die konfrontieren sich quasi der Johnny sagt ja hier du machst mit meiner Ex-Frau rum das ist scheiße von dir und hast sie nicht gesehen und der Jake macht ihm klar dass er die Finger von ihr lassen soll was er natürlich nicht gemacht hat und ja dann kam es dann halt zu dem Showdown bei Sadie zu Hause und da haben die alle ruhig an einem Tisch gesessen wo Johnny verlangt hatte dass Jake Bleichmüssel trinken soll ja das ist dann so ein bisschen eskaliert und der Johnny wurde mit mit einem Schürhaken getötet dann was war noch zum zum Schluss da gab es eigentlich viele Sachen aber ich will jetzt nicht alle aufzählen weil es dann so ein bisschen zu kleinlich ist zum Schluss halt noch laut dem Buch wurde ja der Oswald mit einer Pistole von Pistolenschuss abgelenkt was dann von Nord hatte dass er den Präsidenten nicht erschießen konnte und durch den Schuss wurden die Wachleute alarmiert und die haben dann von außen nach innen durch das Fenster geschossen und den Oswald getötet in der Serie kam es zum Kampf zwischen Jake und Oswald die haben dann um die Waffe gerangelt die Oswald in der Hand hatte dann muss ich irgendwie einen Schuss gelöst haben oder so wo dann Sadie tödlich verletzt wurde und Jake der hat dann das Gewehr in der Hand und hat damit Oswald getötet was dann ja eigentlich auch so ein bisschen von dem Buch dann abgeht und zum Schluss hat man dann richtig dann gesehen wie der Werdegang mit Oswald gewesen war also hier die Abführung mit der Polizei dann durch diesen Keller geführt dann das Verhör das wurde alles dann mit Jake gemacht quasi als Jake in der Rolle von dem Oswald gewesen ja und ansonsten ja das war es dann erstmal vielleicht noch der Hinweis aus die Serie besteht doch aus 8 Episoden und ist im Jahr 2015 erschienen es gab schon 2011 als das Buch raus kam oder eigentlich sogar bevor das Buch raus kam den Plan des Buchs zu verfilmen von Regisseur Jonathan Demme der sollte das Drehbuch schreiben und die Produktion übernehmen und King war ausführender Produzent die beiden konnten sich aber wohl nicht darauf einigen was jetzt im Script bleibt und was weggelassen werden kann deswegen hat Demme hingeworfen und die Serie wurde dann von Bad Robot Productions produziert das ist die Firma von JJ Abrahams und Steven Spielberg und war immerhin so erfolgreich dass Hulu daraufhin eine weitere King Serie bestellt hat die wir schon besprochen haben nämlich Castle Rock und die war tatsächlich ziemlich okay ja Gut gibt es sonst dicke Verwertungen irgendwie Hörbücher haben wir ja schon gesagt gelesen von David Nathan Genau das englische Hörbuch natürlich auch es gab auch hier wieder eine interaktive Homepage die ist glaube ich mittlerweile auch abgeschaltet und ansonsten wüsste ich jetzt nichts also es sind einige Leseproben in verschiedenen Veröffentlichungen rausgekommen immer wieder bevor das Buch rauskam aber das haben wir ja öfter Genau Gut hab ich jetzt sonst zum generellen Thema was vergessen oder können wir in die Bewertungen eingehen wir haben alles oder Ich würde sagen wir haben alles Okay dann bleibt mir nur übrig euch um eure Bewertungen zu bitten und wir bewerben wie immer von 0 das ist das schlechteste bis 19 das ist das beste und ich würde sagen die Ehre hat zuerst der Gast liebe Salserschaf fangen doch bitte an Was war nochmal die Bewertung von 0 bis 19 da es ja ein zweimal Lieblingsbücher von Stephen King ist würde ich sogar sagen bei ich schwanke so zwischen 13 und 14 hat hat sich noch mal gleich okay Flo ähm ja ich habe ja gesagt das Buch wir haben ja drüber geredet das Buch hat viele Fehler aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich habe die tausend Seiten an einem Tag in der Hängematte durchgelesen und ich war immer gut unterhalten weil ich die Fehler ausblenden konnte das gelingt mir bei weitergehend bei jedem Buch ich gebe 15 Punkte okay Jonas dem schließe ich mich an 15 ist eine Zahl für dieses Buch okay es tut mir leid ich bleibe klein hart bei 3 Punkten mehr kann ich für diesen Spaß nicht geben weil nein einfach nur nein und jetzt ist die spannende Frage für mich tatsächlich hat die Besprechung irgendwas für euch geändert nein nein gar nicht nein okay das ist spannend aber akzeptiert gut dann bedanke ich mich wie immer dafür dass ihr dabei war und wenn ihr mal dabei sein wollt könnt ihr das gern tun guckt einfach auf unsere Leseliste sagt uns über welches Projekt ihr mit uns sprechen wollt wir haben demnächst zum Beispiel wieder Kurzgeschichten wir haben aber auch Romane wir haben Kooperationen und wir werden demnächst eventuell auch wieder mal ein paar kleine Specials produzieren da werden wir vielleicht Fernsehen gucken zusammen freut euch auf Stephen King das Musical schon wieder immer noch ansonsten wie gesagt ihr braucht keine großartige Technik ihr braucht in erster Linie mittlerweile Discord um mit uns reden zu können ihr könnt übrigens auch meistens jetzt live bei den Folgen zuhören wenn ihr das wollt bis jetzt hat das Angebot glaube ich noch niemand genutzt aber ihr könntet ihr braucht keine Mikrofonerfahrung ihr braucht auch keine Kickenerfahrung wir nehmen gerne Neulinge für beides und natürlich sind uns auch die Damen der Schöpfung jederzeit sehr willkommen ihr braucht also keine Angst haben dass wir beißen wenn ihr die Bücher nicht habt über die ihr sprechen wollt ist das kein Problem dann sprecht uns an und wir sorgen dafür dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid und bei uns geht es als nächstes weiter mit dem Turm nämlich mit Wind darauf freue ich mich schon sehr und ja in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und würde sagen wir hören uns zur nächsten Folge wieder Tschüss Tschüss Tschau 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 P